Ich möchte euch mal ein kurzes Back, ob ich zu hören und zu sehen bin. Top, super, alles klar. Ja, dann herzlich willkommen hier aus unserem Studio in Köln. Mein Name ist Stefan Schneider von der Firma Etherma. Und wir möchten Ihnen heute in unserem Webinar ein Sanierungsthema näher bringen. Es geht darum, die noch sehr hohe Anzahl an Nachtspeicheröfen zu ersetzen und hier eine Alternative zu bieten. Zugeschaltet ist auch wieder mein Kollege Sandro Lorsch aus Baden-Württemberg. Er kümmert sich schon während des Webinars um Ihre Fragen, die Sie gerne unten rechts eintragen können. Und auf Ihre Fragen gehen wir natürlich wie immer gerne am Ende des Webinars ein. Natürlich zu Anfangs ein paar kurze Worte zur Firma Etherma. Wir sind ein Komplettanbieter im Bereich elektrischer Heizsysteme mit über 40 Jahren Erfahrung. Und das aber eben halt nicht nur im Bereich der Produktion, sondern auch in der Projektierung. Es gibt die Etherma-Hauptbereiche, zum Beispiel den Infrarotheizungsbereich. Dieser unterteilt sich dann in die Produkte für den Innenbereich und Produkte für den Außenbereich. Das ist zum Beispiel unsere Schreibtischheizung der Lavadesk über unsere Lavadeckengeräte, unsere Glasgeräte, Feinstein-Lava-Spiegelheizung, unser runder Lava der Akkus bis hin zu den Infrarot-Außengeräten, wie zum Beispiel unser Etherma-Solid und unsere SolarMagic S und D-Serie. Und wirklich vieles, vieles mehr. Schauen Sie gerne in unseren Katalog. Dann unser Fußbodenheizungsbereich. Hier bieten wir Ihnen Lösungen und Produkte für unter Fliesen, unter Bodenbelegen, wie zum Beispiel Laminat oder Parkett oder auch eben halt andere moderne Fußböden. Ja, bis hin zur Estrich-Heizung. Dann mit Warmwasser ein ganz neuer Bereich bei der Firma Etherma. Hier bieten wir Ihnen unsere Aqua-Geräte vom Durchlauferhitzer über Untertischgeräte bis hin zur Warmwasser-Wärmepumpe. Ja, und natürlich unsere Frostschutzlösungen, unser Safety-Bereich. Und auch wenn der Winter eine sehr schöne Jahreszeit ist, kann er viele Probleme mit sich bringen. Als Beispiel sind da zum Beispiel die tiefen Temperaturen gesagt. Zu viel Schnee und Eis, große Lasten auf dem Dach, viel zu viel Schnee auf Ihren Zufahrten. Und genau für diese Probleme haben wir die richtige Lösung für Sie. Sprechen Sie uns an. Ja, rund um diese ganzen Produkte bieten wir Ihnen auch ein 360-Grad-Service-Portfolio an. Mit unserem Etherma 360-Grad-Service bekommen Sie eine Planungsservice, einen Angebots-Service, einen Auftragsservice, der zum Beispiel in so einer Phase dann schon nach den Terminen schaut. Aber auch die Unterstützung bei Montage, Inbetriebnahme, einem Service-Vertrag oder eben halt die Unterstützung bei Fehlerortung und Reparatur. Da kommen wir auch schon zur Agenda in Punkt 1, der Sanierungsbedarf. Warum müssen oder warum sollten Sie diese Nachtspeichergeräte austauschen? Punkt 2 dann die Infrarotheizung oder auch eine Fußbodenheizung als Alternative. Punkt 3 dann immer wichtig, natürlich die korrekte Positionierung der Heizung. Punkt 4, wie plane ich so ein Projekt? Und unter Punkt 5 dann gehen wir gerne auf Ihre Fragen ein. Ja, der Sanierungsbedarf. Also in deutschen Haushalten befinden sich unzählige veraltete Nachtspeicherheizungssysteme. Die Technik ist längst überholt, die Ansteuerung ist kompliziert und sie wird finanziell nicht mehr gefördert. Als Beispiel, der Unterschied zwischen Tag und Nachtstrom ist meistens sehr gering oder gar nicht mehr da. Man kann hier schon von Energieverschwendung reden. Um die Luft mit dieser Technik zu erwärmen, bedarf es viel Kraft. Viel Kraft heißt viel Energie und die kostet viel Geld. Und das wollen wir vermeiden. Und was kann ich tun? Ich habe gerade hier die Möglichkeit eines enormen Einsparpotenzials durch einen Heizungsaustausch auf eine moderne und effiziente Elektroheizung. Und da gibt es ja auch noch die Austauschpflicht von solchen Geräten. Im Jahr 2009 wurde mit der, noch damals hieß sie Energieeinsparverordnung, die NF 2009, ein Nachtspeicherheizungsverbot eingeführt. Verboten waren die Nachtspeicheröfen dabei, vor allem in großen Gebäuden. So groß auch nicht, aber mehr als vier Wohneinheiten. Gesetzte Fristen waren hier ab dem 01.01.2020 mussten Verbraucher vor 1990 eingebaute Nachtspeicherheizungen austauschen. Für später eingebaute Nachtspeicheröfen galt das Verbot nach 30 Jahren im Betrieb. Und nach 1990 erneuerte Nachtspeicherheizungen sollten nach 30 Jahren wieder erneuert werden. 1992 waren 10,5 Millionen Nachtspeichergeräte alleine in Deutschland im Einsatz. Und 2006 dann immer noch 5,6 Millionen Geräte. Noch heute, 2021, sind es immer noch 760.000 Wohneinheiten, die mit Nachtspeicherheizung beheizt werden. Wenn man mal den Schnitt von vier bis fünf Geräten pro Wohneinheit nimmt, sind es immer noch über drei Millionen Geräte, die bis heute in Betrieb sind. Es würde in den nächsten zehn Jahren nach unserer Einschätzung ein Austausch von circa 250.000 Geräten im Jahr bedeuten. Was ist die ideale Sanierung in Bezug auf die richtige Heizung als Ersatz für Nachtspeichergeräte? Bei älteren Gebäuden wird im Sanierungsfall oft über eine Gasheizung nachgedacht. Nicht mehr so die Zeit dafür. Bei älteren Gebäuden, die in der Vergangenheit ohne wasserführende Heizung mit Wärme versorgt wurden, sind Heizungsrohre, Heizkreisverteiler und auch Heizkörper nicht vorhanden und müssten extra installiert werden. Bei einer Infrarotheizung entfällt dieser bauliche Aufwand, sodass eine Heizungsmodernisierung schnell, kostengünstig und ohne viel Schmutz erfolgen kann. Ja, die Elektroheizung als Ersatz. Das sind perfekte, wirklich zwei perfekte Lösungen mit demselben Ziel. Die Infrarotheizung in den verschiedensten Varianten an der Wand und an der Decke oder die Infrarotheizung oder die Fußbodenheizung als Dünnbeth-Heizung oder zum Beispiel Laminotherm unter Laminat oder Parkett oder eine Estrich-Heizung. Ja, oder beide Heizungssysteme als Kombination. Gerade in der Sanierung ist die elektrische Fußbodenheizung ideal. Sie hat eine geringe Aufbauhöhe von gerade einmal 3,3 Millimetern. Sie hat eine Anschlussleitung auf einer Seite. Sie ist für viele Bodenbelege, wie zum Beispiel Parkett, Fliesen und vieles mehr geeignet. Und für außergewöhnliche Grundrisse fertigen wir Ihnen Ihre Matten auf Maß. Das System kann dank Etherma-Verlegeplan schnell verlegt werden und Sie haben geringe Anschaffungskosten. Die Infrarotheizung als die Heizung der Zukunft. Und warum funktioniert eine Etherma-Infrarotheizung so gut? Sie erwärmt primär nicht die Luft, sondern wirkt da, wo sie auf Materie trifft. Die Wärmestrahlung erwärmt jede Wand, die Decken, die feststehenden Körper, wie zum Beispiel Möbel und natürlich auch den Menschen. Die Menschen und auch Gegenstände speichern die Wärme und geben sie als Sekundärstrahlung wieder an den Raum ab. Der ganze Raum wird erwärmt und Sie haben so auch keine Schimmelbildung mehr. Auch diese trockene Heizungsluft ist Vergangenheit. Sie haben einfach ein angenehmes Raumklima ohne große Temperaturgefälle von der Decke zum Boden. Was zeichnet eine echte Infrarotheizung aus? Erst einmal die große Frontplatte mit einer homogenen Oberflächentemperatur. Und nur dann habe ich auch eine perfekte Strahlungsasymmetrie. Aber auch die gute Isolierung zur Rückseite ist sehr wichtig. Ist die Rückseite nicht richtig isoliert, habe ich wieder einen schlechten Konvektor und einen Lufterwärmer und verbrauche wieder viel Energie. Und das wollen wir vermeiden. Es ist uns aber auch die Sicherheit wichtig. Und so bauen wir in jeder Heizung zwei Sicherheitsbegrenzer ein. Alle unsere Heizungen sind zertifiziert. Auch das ist wichtig. Passend für jeden Einsatz. Hier einmal eine kleine Übersicht durch unser großes Programm. Unser Lava Basic DM passend für Decke und Wand. Hier ohne Stecker. Dann unser Lava Arcus. Auch passend für Decke und Wand. Ohne Stecker. Dann unser Lava 2.0. Unsere Spiegelgeräte. Unsere Glasgeräte. Oder unser Lava Steel. Als Wandgeräte mit einem wirklich genialen Stecksystem. Um ein Thermostat, einen Timer oder ein Funkmodul mit dem Heizkörper zu verbinden. Dann unser Lava Frame, der mit einem sehr robusten Rahmen in eine Akustikdecke oder auch in die Wand eingebaut werden kann. Und natürlich unsere Design Your Lava. Gestalten Sie sich Ihre Heizung selbst. Und Lava Bars Geräte für die Wand. Ja, sehr wichtig ist die richtige Montage von Infrarotheizung. Auch die Platzierung der Heizpaneele im Raum ist entscheidend, damit die Wärmewellenheizung den gewünschten Effekt haben. Die folgenden Faustregeln geben Ihnen einen ersten Überblick auf, was Sie bei der Montage achten sollten. Achten Sie auf eine Montagehöhe ca. 1,20 Meter von der Unterkante der Heizung. Dann platzieren Sie Ihre Heizung nicht gegenüber von großen Fensterflächen. Ein Fenster kann keine Wärme reflektieren. Dann je mehr Festkörper wie Wände, Möbel etc. angestrahlt werden, desto besser die Strahlungswirkung. Planen Sie in länglichen Räumen lieber zwei Infrarotheizungen als nur eine mit mehr Kraft. Für eine effiziente Wärmestrahlung in den Raum darf man das Infrarotpanel nicht verdecken. Alle Heizungen müssen frei in den Raum arbeiten können. Und wenn Sie oder Ihr Kunde aus Platzgründen eine Infrarotheizung nicht an eine optimale Stelle setzen kann oder möchte, haben wir für Sie heute ein neues Produkt, was ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Unser E-Therma Duo Plus. Eine Kombination aus Infrarot, Strahlungsheizung und Konvektor. Die Oberfläche ist aus Stein, hat die Farbe Weiß. Die Maße sind 1 Meter mal einen halben Meter und 10,5 Zentimeter in der Tiefe. Beim eingebauten Thermostat kann ich eine Temperatur von 7 bis 28 Grad einstellen. Diese Geräte gibt es in zwei Typen, einmal mit 1500 Watt und einmal mit 2000 Watt. Also dieses Gerät, wie Sie jetzt auch hier auf dem Bild sehen können, kann ich da einsetzen, wo ich keine Möglichkeit habe, meine Heizung anders zu positionieren. In der Nische passt dieses Gerät genau rein. Ja, und wie plane ich so ein Projekt? Und das ist eigentlich immer wieder dasselbe, was ich sage. Je mehr Informationen, umso besser. Und hier muss ich definitiv wieder alle Daten sammeln. Wie alt ist das Haus? Wie alt ist der Altbau? Wurde der Altbau energetisch saniert? Wie gut sind die Fenster isoliert? Und mit den ganzen gesammelten Daten planen wir dann mit Ihnen zusammen Ihr Projekt. Dann haben wir ein kleines Beispiel, was wir noch hinten dran setzen wollten. Das ist die Sanierung einer Dachgeschosswohnung. Und ja, die liegt geografisch auf einer Höhe von 907 Meter über Null mit 100 Quadratmetern Grundfläche, mit einer schräge Kniestock von 1,50 Meter, ausgerechnete Nutzfläche, also 85 Quadratmeter. Es war so, dass vorher 17 kW an Nachtspeichergeräten in der Wohnung verbaut waren. Ja, die Wohnung wurde saniert. Es wurden neue Fenster eingebaut. Es wurde ein wenig isoliert. Und ja, die neue Heizung von Etherma hat eine Leistung hier dann geplant und auch ausgeführt von 6,75 kW. Es wurden eingebaut sechs Lava Basic 1000 und ein Lava Basic Glas 750 Watt. Und die Thermostate waren dann auch von Etherma. Der E-Touch Mini wurde hier verplant und verbaut. Und die Dünnbitteizung gab es dann noch im Badezimmer mit 640 Watt, was dann auch tatsächlich so gut funktioniert hat, dass der Lava Glas 750 kaum angesprungen ist. Die Warmwasserbereitung wird hier über einen Durchlauferhitzer 24 kW gewährleistet. Die Wohnung wurde auf einer Temperatur von 22 Grad betrieben. Der Gesamtverbrauch im Jahr war dann hier auf 6.815 kWh. Warmwasser wurde hier natürlich geschätzt bei zwei Personen auf 1.365 kWh. Und somit dann ein Verbrauch von 5.450 kWh im Jahr für ihre Wärme und natürlich auch für den Haushaltsstrom zusammen. Ja, dann bin ich schon mit meinem kleinen Beitrag am Ende. Wir müssen hier jetzt dann gerne von Ihnen die Fragen beantworten. Sandro, vielleicht kannst du dich dazu schalten und vielleicht auch gerne noch über dein Projekt vielleicht was Zusätzliches sagen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich habe gerade noch kurz eine Frage. Dein Mikrofon ist nicht da, ist nicht an. Hallo? 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 Stefan, hörst du mich nicht? Nein, leider kann man dich nicht hören, Sandro. Naja, die Teilnehmer hören mich wohl. Also scheinbar hört mich nur... So, jetzt scheint es aber wieder zu funktionieren. Ja, also die Teilnehmer hören mich wohl, nur irgendwie kam es bei dir nicht an. Ich habe gerade noch kurz auf einen Kommentar geantwortet. Deswegen war ich noch kurz am Schreiben. Will ich vielleicht hier auch noch mal kurz für alle noch mal kurz erklären. Das Bild, wo der Duo Plus montiert ist in dieser Nische, ist für ein reines Infrarot-Panel die völlig falsche Position. Also das haben wir ja vorhin gehört, die Montagehöhe von 1,20 beziehungsweise in einer gewissen Höhe, dass die Strahlung optimal in den Raum wirken kann, muss zwingend eingehalten werden, weil ich sonst einfach dementsprechend nicht gewährleisten kann, dass die Wärme optimal in den Raum transportiert wird. Durch das, dass diese Geräte, ich sage jetzt mal Hybridgeräte sind, das heißt, sie haben einen gewollten Konvektionsanteil, in etwa 40, 60 Strahlungsanteil zu Konvektionsanteil, sind die Geräte natürlich nicht ganz so effektiv und effizient wie ein reines Infrarot-Panel, aber deutlich besser noch wie die alten Nachtspeicheröfen. Und die können in diese Position der ehemaligen Nachtspeicheröfen gesetzt werden, durch die Konvektion, das heißt, die Strahlungswärme ist da, aber durch die Konvektion verteilt sich die Wärme auch optimal im Raum. Ist in sehr, sehr vielen Fällen einfach der Fall, dass die Geräte genau in die Position wieder müssen, in der die Nachtspeicher einfach da sind, weil es sind bewohnte Wohnungen, die werden nicht unbedingt immer gleich saniert. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, hier mir den Wunschplatz einfach auszusuchen, was sicherlich optimal wäre, aber in den meisten Fällen einfach nicht geht und somit die Geräte eben genau in diese Nischen oder eben in diese Fensterbank, unter der Fensterbank in diese Position gesetzt werden können. Genau. Zum Projekt, wo wir jetzt vorhin hatten, das war, wie gesagt, ein Gebäude, also die Werte, die stammen aus 2017, glaube ich, oder 2018, wann wir die hatten. Das war einer der härtesten Winter. Messstätten kennt man vielleicht, ist auf der schwäbischen Halb, ist einer der kältesten Orte Deutschlands teilweise. Also da gibt es auch eine Messstation nicht unweit weg. Also ist wirklich so ein Worst-Case-Szenario. Und wir haben ja doch mit diesen Geräten, also mit den reinen Lavas, einen ordentlichen Verbrauch hinbekommen. Also deutlich geringer auch von der Anschlussleistung der ehemaligen Nachtspeicher und dann auch vom Verbrauch gegenüber den damaligen Nachtspeichern. Allerdings muss man natürlich fairerweise sagen, was immer Sinn macht, wenn man die Möglichkeit hat, beziehungsweise hier wurden eben neue Fenster eingebaut, weil es wirklich alte Fenster waren. Und es wurde natürlich am Dach auch dementsprechend was saniert. Also es ist ein Mehrfamilienhaus, es ist eine Dachgeschosswohnung gewesen. Gut, jetzt gehen wir mal zu den Fragen vielleicht. Jetzt muss ich gerade nochmal hochscrollen. Also vielleicht auch von meiner Seite nochmal erzählt, es ist tatsächlich natürlich jetzt hier eine kleine Wohnung gewesen, also eine relativ kleine Wohnung. Es gibt natürlich auch große Hausprojekte. Ich kenne eins aus den 70ern zum Beispiel, ein Haus, was wir umgerüstet haben. Da waren wirklich satte 42 kW, die da an Nachtspeichergeräten wirklich die Nacht diese acht Stunden und zwei Stunden geladen haben. Wir haben damals für das Haus circa neun kW ausgerechnet, haben natürlich an elf eingebaut, weil man dimensioniert etwas über, weil es ist ja trotzdem ein Thermostat da, der das Ganze regelt. Und somit sind wir dann auch dann hier mit zufriedenen Kunden. So, ich blende jetzt einfach mal die Fragen kurz ein, dass wir auf die eingehen können. Also es ist in der Tat so, dass das Gerät immer permanent so funktioniert. Das heißt, es ist gewollt nach hinten. Wir haben vorhin den Schemaaufbau gesehen. Die Geräte sind, die reinen Infrarotgeräte sind natürlich nach hinten so isoliert, dass nach hinten keine Wärmeabgabe stattfindet. Es ist hier gewollt nicht der Fall, weil wir eine Konvektion erzeugen wollen und auch müssen, da wir sonst diese Geräte in diese Position nicht setzen können. Jetzt spinnt hier meine Kamera, glaube ich, gerade. Ja, sehr gerne. Also somit haben wir immer die parallele Hybridgeschichte hier bei diesem Gerät. Das heißt, wir haben immer eine Strahlungswirkung und immer eine Konvektion, weil sonst würde eben diese Position und die Heizung auch in dieser Position nicht funktionieren. Sehr schöne Frage, ja. Das ist richtig. Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Frage. Ist tatsächlich so. Also man sollte definitiv natürlich einen Infrarotheizkörper nicht abdecken. Aber hier ein Handtuchhalter sollte immer so dimensioniert sein, dass er zum Teil eben halt das Handtuch wärmt. Und glauben Sie es mir, wenn Sie einmal ein Handtuch, was von einem Infrarotheizkörper aufgewärmt worden ist, das ist der pure Luxus. Aber zusätzlich soll natürlich der Rest der Heizung, soll natürlich in den Raum arbeiten. Und das ist aber vollkommen richtig. Die Frage ist sehr berechtigt. Im Infrarotheizkörper darf man nicht abdecken. Also man darf ihn nicht verdecken, weil er sonst die Wärme oder die Strahlungswärme nicht in den Raum arbeiten kann. Das muss man natürlich beachten. Ich meine, wenn ich einen Badheizkörper ins Bad hänge, wie auch einen normalen herkömmlichen Handtuchwärmer und ich hänge den zu mit Handtüchern, dann kommt natürlich auch hier relativ geringe Wärme raus. Das ist einfach so. Man muss hier vielleicht in der Tat schauen, wenn es eine Zusatzheizung ist mit Haltebübeln für Handtücher, dass ich einfach im Prinzip die Handtücher entweder davor dran hänge, gehe duschen. Nach zehn Minuten komme ich raus, dann sind die Handtücher definitiv warm. Ich kann sie runternehmen. Dann wirkt auch die Strahlung wieder in den Raum. Und ich kann natürlich auch die feuchten Handtücher draufnehmen. Aber wenn ich dieses Gerät permanent verhänge mit Handtüchern, passieren kann nichts. Also brandschutztechnisch und dergleichen. Das sind also alles TÜV-geprüfte Geräte. Aber es ist natürlich in der Tat so, wenn ich das halbe Gerät dementsprechend verdecke, dann habe ich auch nur die halbe Strahlungswirkung in den Raum. Das muss in der Tat beachtet werden. Das ist natürlich eine schwierige Sache. Das haben wir so noch nicht ins Berechnungssystem mit eingebracht. Können Sie sich auch vorstellen, dass natürlich das definitiv, also der Duo Plus ist natürlich wirklich ein Nischenprodukt im wahrsten Sinne des Wortes, was wirklich da eingesetzt ist, wo Sie nicht die Möglichkeit haben, eine Infrarotheizung wirklich so einzusetzen, wie wir sie einsetzen müssten. Das heißt also, wir hatten eben, hatte ich gesagt, mit 1,20 Meter ab Unterkante. Aber es ist tatsächlich auch so, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, ich kann natürlich eine Heizung auch senkrecht an die Wand anbringen und somit auch gewährleisten, dass ich ja im Endeffekt wirklich in den Raum mit der Strahlungswärme in den Raum reinarbeiten kann. Hier dieses Gerät, der Duo Plus, ist wirklich für diese, ich sage mal wirklich kleinen Häuser oder wo tatsächlich kein Platz mehr an den Wänden ist, durch Schränke, durch Türen etc. Und Sie haben wirklich die Nische, wo kein anderer Platz da ist. Dann ist diese Kombination das Wichtige. Also wir unterscheiden hier jetzt von der Berechnung nicht von der Auslegung mit unseren normalen Infrarot-Panelen. Das heißt, wir unterscheiden auch hier ganz normal zwischen sehr gut gedämmten Häusern, gut gedämmten, mittelmäßig oder schlecht gedämmten Wohnraum. Und da haben wir in jedem Katalog so eine Auswahlhilfe drin, um hier auch mal eine überschlägige Berechnung zu machen. Und hier muss man wirklich einfach das Baujahr ein bisschen einschätzen oder man weiß es ja auch oft. Und dann wird dementsprechend relativ schnell klar, muss ich hier mit 50 Watt rechnen, mit 70 Watt, mit 80 oder sogar vielleicht mit 100 Watt oder mehr. Und dann dementsprechend meine Beaufschlagung beziehungsweise Auslegung für diese Geräte machen. Hier unterstützt aber auch unsere Technik, um eben mal einen schnellen Hüftschuss vielleicht fort beim Kunden abzugeben, können wir nur unsere Auswahlhilfe Ihnen ans Herz legen, wo Sie das einfach sehen, wo man, ich sage jetzt mal, mittelmäßig gedämmten Häusern so von 70 bis 80 Watt ungefähr rechnen pro Quadratmeter bei einer Raumhöhe von maximal 250. Das heißt, bin ich da drüber, muss ich natürlich hier auch wieder ein bisschen was beaufschlagen. Habe ich jetzt wirklich einen Altbau, wo ich vielleicht nur 220 habe oder 230 oder vielleicht auch bloß 210, kann ich natürlich auch ein bisschen nach unten jonglieren. Aber hier unterstützen wir natürlich gerne. Wir haben hier Werte an der Hand, wo wir Ihnen da gerne eine Auslegung dann machen können. Hat der Stefan schon beantwortet? Leider nein. Ist aktuell noch nicht im Online-Planer mit drin. Wird aber kommen, definitiv. Also hier kann man auch sagen, bei der Dimensionierung ist es so, dass wir, dass die alten Nachtspeicher sind einfach hoffnungslos überdimensioniert gewesen. Hing natürlich auch mit der Ladung zusammen, dass die dementsprechend 10 Stunden dann auch die ganze Energie für 24 Stunden laden mussten oder 11 Stunden, je nachdem, was es für ein Modell war. Es ist hier in der Tat so, dass wir erfahrungsgemäß auf ein Drittel bis zur Hälfte der Anschlussleistung runterkommen. Das ergibt sich aber in der Tat aus dieser, ich nenne es jetzt mal Auswahlhilfe wieder, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, wo wir einfach das Gebäude einschätzen und dann dementsprechend mit den Werten dann an den Start gehen. Dann habe ich halt einfach einen 30 Quadratmeter Raum, um das einfach mal in Zahlen darzustellen und ich weiß, okay, ich brauche irgendwo 70 bis 80 Watt. Dann habe ich irgendwo 2,4, 2,5 kW, die ich reinbringen muss. Reicht das mit einem Gerät nicht, brauche ich natürlich zwei. Erfahrungsgemäß war aber in solchen Räumen früher ein Nachtspeicher drin mit 5 oder 6 kW. Absolut. Ich weiß nicht, da war eben auch die Frage von dem Herrn Schmidt, wann... Das geht jetzt sehr schnell, Herr Schmidt. Danke für die Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir auch aufgrund dieser Sache auch dieses Seminar oder dieses Webinar verschoben haben. Jeder weiß im Moment leider die Situation, was Material angeht, die Materialbeschaffung. Ich habe heute noch die Bestätigung bekommen, dass wir bis zur KW50 die Geräte dann auch endlich bekommen aus der Produktion. Aber da kommen wir auch früh genug dann auf Sie zu. Scheinen, glaube ich, alle... Ich meine auch, das wären jetzt alle Fragen eigentlich gewesen. Ich sehe zumindest keine offene mehr. Ja, das war es, glaube ich. Also sollten natürlich im Nachgang Fragen kommen, wenden Sie sich an uns direkt, an die Technik. Wenden Sie sich an unsere Partner in den Regionen. Wir sind über die Homepage unter Kontakte, sind die zuständigen Ansprechpartner auch vor Ort, die Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen und ansonsten natürlich auch gerne direkt an uns. Wenn hier Hilfe benötigt wird, sind wir jederzeit über E-Mail, Homepage, Telefon dann auch erreichbar. Genau. Ja, dann an der Stelle herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Ansonsten gerne auch per E-Mail mal Themen, die gewünscht sind, an uns schicken und wir bedanken uns und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Wir haben ja noch eine Frage bekommen, die Listenpreise, in der Tat, die Listenpreise liegen, Stefan, du hast sie, glaube ich. Ja, also die Listenpreise liegen zwischen 800 und 900 Euro brutto. Ja. Ja, also wir glauben, dass wir hier einen vernünftigen Preis deutlich besser als die vorigen Modelle hier am Markt realisieren können. Ja. Jetzt sagt man noch, ob noch eine Frage kommt, sonst versuche ich nochmal. Nochmal herzlichen Dank an alle und einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Webinar. Dankeschön. Dankeschön. Danke. 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 Okay.